Hallo Welt, da sind wir wieder mit Wolfram im Gepäck. Werden wir jetzt ein paar Gasspeicher bauen. Ja, nochmal zur Erklärung. Wir haben in der letzten Folge herausgefunden, dass Wasserdampf kein Wasser ist. Wasserdampf ist kein Wasser, haben wir herausgefunden. Und dann ist mir ein Licht aufgegangen, dass wir die Wasserextraktoren, die Wasserpumpen quasi, verbinden müssen mit dem Wasserdampfgenerator. Und da kommt dann jetzt wiederum ein Gas raus. Und ich hatte gedacht nämlich, dass wir diesen Wasserdampf burschen. Hier, wo ist er? Na, irgendwo haben wir ihn noch. Hier. Da, äh, Wasserdampfextrakt. Ne, das ist ja Alkane. Das ist ja wieder was anderes. Äh. Hier, Wasserdampfextraktor. Ah, Moment. Ist das wirklich Alkane? Ja, der, der kommt jetzt doch an Flüssigkeit. Ach, so. Ach, so. Ja, ich dachte nämlich, dass der Wasserdampfextraktor aus der Erde Wasser verdampft und dann sofort lagert. Jetzt hatte ich in der letzten Folge schon gedacht, dass Wasserdampf vielleicht zum Antrieb für irgendwelche Maschinen gebraucht werden könnte. Aber er gibt ja keinen Sinn. Das muss dann ja heiß sein. Das muss ja dampfen. Ja, ja, aber könnte. Ich weiß ja auch nicht, wie das läuft. Ja, auf jeden Fall. Das, was ich in der letzten Folge dachte. Ich hätte eine Erleuchtung. Ist dann doch keine gewesen. Ist ganz normales Wasser. Ja, so wie ich es am Anfang auch verstanden hatte. Ja, so wie ich es am Anfang auch verstanden habe. Ja, okay, dann stimmt das ja alles, hoffentlich. Wir verbinden erst mal das Wichtige hier, diese miteinander. Oh, Moment. Die müssten miteinander verbunden sein und diese hier verbinden wir jetzt auch mal miteinander. Und diese hier bitte auch. So. So. Ach, hier können wir noch welche draufstellen für später schon mal. Was wir haben, das haben wir, sag ich immer. So. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Klauselane Klauselane kommt hier rein? Das haben wir auch schon gesehen. Das war da auch schon einmal drin. Das ist also eine Flüssigkeit. Oder? Da kommt die Alkane rein. Die sind alle voll. Und wie kriegen wir das da raus alles? Die sind alle voll. Das ist alles grün hier. Oh Backe. Wie kommen wir denn da oben dann dran? Hm. Um. Hm. Um. 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 Uiuiuiui, Platin, Eis. Ach, Moment mal, können wir nicht noch eine Kiste bauen? Da drüben ist gerade so schön aufgeräumt. Können wir da Peryllium reinlegen? Aluminium. Platin. Ähm. Können wir das mal? Peryllium. Ah, ich geh mal. Adaptive Rahmen. Erstmal kommen die hier rein. Oh, passen nicht alle. Wie ist das mit einem Feststoffbehälter? Nee, das wäre ja hier so ein Werkzeug. Aha, wie heißt der nochmal? Lagerhaus, klein. Titan brauchen wir dafür. Da, Titan. Alles, was nicht mehr passt. Gut, schmeißen wir da einfach rein, jetzt. Lagerhäuser. Lagerhäuser. Lagerhauser. Lagerhäuser. Lagerhäuser. Soll es sein. Dann kommt das durch. Geh, lausse. Schlag. Lagerhäuser. 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 Da. Das war's für heute. ja jetzt alle verbinden miteinander so die sind schon shit Ich denke, die sind alle verbunden. Ach, das ist egal. Die sind doch jetzt verbunden mit Sicherheit. Jetzt muss nur noch unsere... Ach, wir kommen ja gar nicht dran hier. Ach, so Mist. Wir müssen das näher dran bauen hier. Okay, das reicht. Kauf was von deinem Kragen. Ach, wir können das gar nicht mal näher dran bauen. Dann passt das ja, weiß ich nicht mehr. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das ist ja ein blödes System hier, wenn das nicht so richtig funktioniert oder ich verstehe das nicht, aber was ist daran nicht zu verstehen. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. In dieser Folge haben wir Lagerbehälter gebaut. Daumen hoch für euch, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!